hallo zusammen ich bin claudia thiele und ich möchte euch sommerliche grüße schicken heute sind die temperaturen recht angenehm und ich werde euch für die nächste woche das wunschwort hitzefrei mit auf den weg geben vielen dank ich hoffe es geht euch allen gut und ihr bleibt schön gesund und ich wünsche euch eine schöne sendung und ganz viel spaß zum wohl ja 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 ja